Und schauen wir auf die Corona-Zahlen für Deutschland an diesem Morgen. Dem Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 10.485 neue Ansteckungen übermittelt. Das sind knapp 2.000 weniger als am Samstag vor einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Toten liegt bei 689. Innerhalb von 24 Stunden wurden mehr als 116.000 Menschen geimpft. Damit liegt die Zahl der hierzulande insgesamt verabreichten Impfdosen bei 2.987.398.